So, weiter geht's mit Let's Play Half-Life 2 Och, jetzt kommt meine Uschi-Freunde wieder, hallo Na, wie geht's euch, na? Jetzt einfach hier drüben, ihr müsst da irgendwas auf sichern mit dem Ding Gibt's hier drüben vielleicht was? Doch, doch, hier gibt's was, hier gibt's was, ja Ach so, hier geht's was, ach, ja Weißt du, hier kommt man auch richtig drauf, dass man hier weiterkommen, äh, weitergehen muss Ganz ein Part für Nichtstun verbracht Mit Nichtstun Ach, das macht doch so viel Spaß, macht doch so glücklich Na, öh, 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 du sprichst nicht runter Gut, dann geht's mal weiter Ja, äh, öh, 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 öh Ich wollte mich doch verarschen. Gut, Leute, wir sind einfach mal durch. Lalalala, Lolo. Was zur Hölle ist das? Was? Was zur Hölle ist das? Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Alter! Scheißen, Dreck! Ey, komm, lass mich bitte durch. Okay, das Ding ist tot. Oder? Was ist kaputt? Ey, ich wollte durch. Der Vorgang ist leicht unhygienisch. Mh... Ey, geil! Müssen wir mal aus, dass man mit der Kapsel machen kann. Oh, da wird das auch erstmal geschafft. Ah, da haben sie einen Lagerfall aufgeschlagen. Die Pause... Äh, die Pause könnte ich jetzt gut gebrauchen. Oh, mein Hintern tut weh. Ja, ich versteh gar nichts. Tierefrei... Sind die am Schlafen? Sind die tot oder, äh, sind die verletzt? Verletzt. Geh, la, la, ta, g-g-griet, gong, sha, lingking, sha, alla, gang, alla... Geh, Dr. Freeman. Der Prospekt ist gerade vor. Ein Mann allein würde nicht so viel Chance gehen, da zu gehen. Aber ein Mann mit einem Pack von Antleinen... Well, das ist eine andere Geschichte. Der Freeman beherrscht uns durch seine Präsent. Folle den Jungen. Ja, ich folge dir immer gerne. Ich hab aber nichts Wesseres zu tun. Man kann rennen. Zwei mit W oder was? Oder nee. Ah. Okay, dann testen wir einfach mal... ...den Ball aus. Ach so, jetzt gehorchen die Scheißdinger, mit denen mich die ganze Zeit... ...nervt haben. Ach so, wir sollen die ja mal auffressen. ...der arme Typ, ey, der ist doch schon tot. Nee, das hat noch gelebt, oder? Und jetzt, was ich nicht... ...dreise... 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 Und dann... ...dreise... ...dreise... die Städte die Städte ist nicht lustig da komm mal her, da komm mal mit meine Ameisen-Möwies natürlich immer, jetzt springen die noch rein, wenn ich da reinbefehle komm geht rein schade ja, jetzt muss ich gehen macht's gut und nun sind wir wieder draußen jetzt dürfen wir uns wieder rumschlagen, ach das macht doch so viel Spaß das finde ich eigentlich ganz cool mit den Ameisen-Möwen so, dass sie mir jetzt helfen können und so, dass sie mich nicht immer verfolgen ach, ich kann ausrüsten, ey ach, springt man einmal ein Stückchen ins, äh, scheiß in den scheiß Sand, kommt Folgen an vier Stück und boah hallo wo sind wir hier jetzt ah ok, davor haben sie Angst davor haben die Ameisen-Möwen wohl Angst haben wir das auch mal geklärt ah, da kann ich hochglättern folgt mir bis jetzt ist es schön Ah, es ist göttlich Jetzt muss ich kaum was machen Es ist so schön Ja, komm, lass mich mal mit raus hier Der Anführer muss weiter Müssen wir eben mal schnell das Ding deaktivieren Jetzt befehle ich den Gefälligsten, dass die da drüben angreifen sollen Da drüben! Greift an, meine Freunde! Von hinten! Wie schafft das? Ich guck nur zu Ah, alle tot Jetzt ist der Alarm aus Da gibt's noch ein paar Kisten Gute Sache Kisten sind immer fein Ey! Los, wir schaffen das! Gut, ich würd's erstmal sagen Wir machen hier Aufnahmepause Und wir sehen uns in der Schlacht Also im nächsten Part wieder dann Ciao! Ciao!